Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Neustart und heute habe ich die Lucky Block Blue Blöcke am Start und ich werde hier vorne diesmal hingehen und werde da mal diese schicken Blöcke aufmachen Oh scheiße, 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 nein, nein, nein So, dann werde ich jetzt hier den nächsten aufmachen Okay, nur Fleisch, dann kommt wieder nichts Und Name Tags, ja okay, mit dem Name Tags, naja, kann man eigentlich nicht so viel machen Könnte ich meine Tiere mit benennen, aber mehr auch nicht Ja, ich habe wieder Hunde, geil, nice, und die sind auch gleich meine Dann werde ich einfach mal jetzt, ach doch, ich habe noch drei Stück Okay, dann werde ich gleich mal, nach den drei Stück werde ich dann mal Oh, ein Schwert, okay, nice Werde ich dann mal Knochen holen, vielleicht sind die noch nicht Alter, gezähmt, alter, Glück habe ich Ich hatte jetzt Glück, dass ich das nicht bei den Hunden gemacht habe Aber der Diamant hier, der bringt mir auch nicht Oh, das Schwert ist sogar mein Bestes 13,25 und das hat Komma 12 Also würde ich sagen, nehme ich doch das, ne Ein Lucky Schwert Nice, einfach ein Baby, ich So, und wo ich hier gerade schon mal bei den Tieren bin Ich werde heute Ah, fuck Versuchen, einen Flamebogen zu machen Dann weiß ich es auch nicht Wie das mit den Hunden jetzt geht Schreibt es mal gerne Oh, nice, es hat Verbrennung einfach Ist ja nice Schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare Wie man das vielleicht mit den Hunden lösen kann Dann werde ich das in der nächsten Folge auch Ne, wahrscheinlich in der übernächsten Ich wollte eigentlich gleich nochmal Äh, die nächste Folge hinterher aufnehmen So, jetzt würde ich erst mal gerne Bücher machen Dafür, ah, ich brauche all meinen Zuckerrohr jetzt Das müsste ich mal hier jetzt ganz schnell aus meinen Kisten hier mal zusammensuchen Aber ich, fuck Ich habe gar nicht mal Ah, doch, hier 12 Wunderbar, wie viel habe ich? 17 Aber wozu brauche ich Leder? Wenn ich mein Eisenschwert auf Level 30 verzaubern möchte Ah, ne, verzauber dein Schwert Also egal welches Auf Level 30 Dann, äh, sollte ich auch Holz dafür benutzen Dann ist es wieder nach Das heißt, schlafen jetzt Komm, ah, fuck, ich kann doch nicht schlafen Okay So, das heißt jetzt erstmal hier Schön hingeknallt Und Ich hoffe, es geht Fuck Ah, ich glaube, man macht es so rum Das Holz in die Mitte Und Dann Papier Hier Ne Hä, what the fuck? Okay, jetzt muss ich googeln Ach so Okay, ja, jetzt weiß ich, wie das geht Und zwar Erstmal müssen wir doch Bücher machen Das heißt, wo habe ich jetzt mein Papier? Hier Da, ne, ne, ne Andersrum, andersrum, andersrum So, neun Bücher So, das reicht dann für Eineinhalb Von den Dingern, die ich brauche Von den Regalen, sag ich jetzt mal Jetzt geht's bis Level 7 Okay Ich weiß jetzt nicht mehr Bis welches Level es vorher ging Aber Ich schätze mal noch so Keine Ahnung Drei, vier Stück Bräuchte ich noch So, das heißt aber auch Dass ich hier Wieder anpflanzen muss Ich pflanze jetzt alle an So, hier überall Wo es nur geht So, noch zwei Stück Hier Und hier Also ich brauche unbedingt Eine Hintertür Und so einen geilen Garten Ne, also sowas Brauche ich nicht Aber es wäre schon echt praktisch Wenn ich dort so eine Tür hätte So, was Was kann ich denn jetzt Genau noch Von meiner Liste Alles tun Stimmt Den Feuerbogen Aber Leute Den Und alles weitere Werde ich dann in der nächsten Und den nächsten Folgen machen Also lasst gerne Ein Like da Und ansonsten Haut rein Bis zum nächsten Mal Und tschöööö